Musik Hier haben wir, wir haben eine einzige Stunde vor Zeit. Nach ein paar Stunden gäbe ich die ersten Toten. Die denken immer, die Gefahr ist zu weit weg. Aber Krimmel ist hier in Hamburg und steht genau auf ihrer Tür. Krimmel ist das unsicherste Atomkraftwerk Deutschland. Dieses soll bald wieder in Betrieb genommen werden. Das ist der Wahnsinn. Nichts kann sie vor der Strahlung schützen, noch nicht einmal Geld. Auch wenn es scheint, dass diesmal so die Politiker vergessen. Sie verlängern, weil ebenso die Laufzeiten dieser äußerst gefährlichen Betongrätze nur für ein bisschen mehr Geld im Barton. Und das natürlich ganz im Sinne der Tumlobby. Und wohin mit dem Atomlobby, das wissen die selber nicht. Die schieben nicht von allen Zwischenlagern als andere. Denn ein sichereres Endlager gibt es nicht. Nicht hier und auch nirgendwo anders. Wir fordern von Ihnen, unterschützen Sie nicht die Probleme der Politiker und wehen Sie das nicht mehr gegen Atomkraft. Wir als Konsument haben die Macht und die Möglichkeit, Ihren Teil zur Energie in den Wald zu tragen. Und unterschützen Sie nicht länger die Atomkraftwerke mit Ihrem hart verdienten Geld. Verhören Sie nicht weiter Wartenfall, RWE, EMBW und EGAS, sondern wechseln Sie zu unerfreundlichen Alternativen. Ich sage Ihnen Tschüss, Wartenfall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik